Ja, morgen Pema ist wieder hier und zwar geht es heute um die weiße Knochen-Meditation und die Erfahrung, die sich daraus ergeben hat, wie ihr da schon gewohnt seid. Und heute ist natürlich ein schöner Tag, die Sonne scheint und ja, es besteht die Gelegenheit, wieder was Neues zu lernen. Und zwar sah ich heute in der weißen Knochen-Meditation, habe ich versucht, mir vor allem bei den Yakshas vorzustellen, meine persönlichen Hindernisse und das, wo ich meine, was mit meinem persönlichen Glück im Weg steht. Dies habe ich dann visualisiert, so gut es mir ging, mit Personen, mit Gegenständen, mit Dingen, wo ich denke, die mich behindern. Und da konnte ich dann in diesem Kontext sehen, dass die einzige Person, die mich behindert, ich selber bin. Derzeit ist es eben so, dass ich oft nicht in die Stille komme, die notwendig wäre, um diese Gedanken besser loszulassen. Und daran arbeite ich gerade und versuche, das Schritt für Schritt zu verbessern. Und jedenfalls war es dann so, als ich erkannt hatte, dass das die Schöpfung meines Selbst ist oder meines Ichs, meines Egos, ein Ego-Konstrukt, habe ich versucht, mehr in die Liebe zu kommen. Und wie ist denn das, wenn man das, was man haben möchte, anderen gibt und wie dann der Unterschied ist. Und der ist gewaltig. Nicht zu beschreiben und das Gegenteil von süchtig machend, sondern eher erhaben, würde ich sagen. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Kommt dahin, wo ihr hinkommen wollt und scheut nicht davor, Hindernisse oder Herausforderungen anzugehen und sie zumindest versuchen zu meistern, nachdem sie erkannt worden sind. Dann macht's gut, kommt gut an und tschüss.